Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Wolfenstein VR-Blatt. Ich bin Thorsten von WTOSS.de und nachdem wir das letzte Mal so gefehlt haben, versuchen wir es jetzt nochmal. Aber diesmal ein bisschen vorsichtiger. Öffne das Burgtor. Okay. Also nochmal. Klappe auf, ja, und hoch, und, und, ja. Und hepp, und hepp, und hepp, und hepp, und hepp, und hepp, und, ja. Und wieder zwei Signale entdeckt, juhu. Und wieder zwei Signale entdeckt, juhu. Und wieder zwei Signale entdeckt, juhu. Untertitelung des ZDF, 2020 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 So. Und... Ja, endlich. Ja, das sieht auch sehr, sehr vertrauenserweckend aus. Jetzt haben wir diese eine Nachricht nicht gelesen. Uhu. Um, Schuss-Zielfernrohr. Ja, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Was schießt denn da auf mich? Hm? Hm? Ja, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Ja, das sieht schon gar nicht mal so schlecht aus. Da laden wir doch direkt nach ihm nach So das wars So war nur ein einziger Schütze? Langweilig Ach schon wieder ein Teppich Ja, also wir müssen runter, es geht nicht weg auf Okay, also es bleibt Dann Der ist bei den Dux! Achtung, da ist er! Ich wechsle die Position! Er ist da drüben! Da oben rührt sich jetzt gar nichts mehr Auch wenn ich nachweislich daneben geschossen habe Oder sehen wir uns in der Videoaufzeichnung nochmal an? Ich denke mal in einem der Boote geht es jetzt gleich weiter Ich habe nur noch keine Ahnung in welchem Ne, Leute, das ist einfach eine Vermutung So, in dem Boot geht es nicht weiter Hm? Hm? Sooo Ach okay, die Kiste können wir uns nicht kaputt machen So So, wir haben das Hallentor geöffnet Gehen wir mal kurz nochmal zurück Zumindest soweit es geht Ah, diese Schallnachricht können wir jetzt nicht mehr lesen Das finde ich eigentlich schade Ich lese doch so gerne Was? Haben wir mit erreicht Und das ist wohl König Otto Okay Zumindest haben wir jetzt schon mal eine große Vorstellung davon Wie er ausgesehen hat Auch wenn wir uns jetzt nicht wirklich was davon kaufen können Aber gut Wo geht es jetzt hier weiter? Wo geht es jetzt hier weiter? Verfluchte Hacke Nein, da geht es nicht weiter Muss ich schwimmen? Das Tor ist doch jetzt offen, ne? Der Weg ist versperrt Die lassen sich bestimmt irgendwie öffnen Das hätten wir doch schon gemacht Ne? Ja? 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 Hochspannung wahrscheinlich Munition Das hatten wir schon Wo geht es jetzt hier weiter? So, hallo? Wir haben der Tor jetzt geöffnet Zumindest Zum Teil Wahrscheinlich müssen wir da jetzt hoch, ne? Wie gesagt, das sind jetzt alles Mutmaßungen Ja? Ja? Und auf die Karte gucken kann jeder Diesen Übergang können wir nicht nutzen Aus welchem Grund auch immer So, und damit sind wir hier wieder am Anfang Hat irgendjemand hier eine Vorstellung davon, wo es hier weiter geht? Hm? Na unten geguckt haben wir jetzt Gucken wir mal nach oben Pfff Was ist denn hier weiter? Hm? Okay, da geht das auch nicht weiter Wirds mal ne blöde Idee Oh, da blinkt was Granaten Hm? So Und da komm ich auch nicht rein Ach, das ist doch scheiße Hä? Gucken wir mal nach oben Ja, da müssen wir hin. So. Wir gucken mal. Wir haben ja Zeit. Na? Wir sind jetzt auf dem richtigen Weg befinden? Keine Ahnung. Wirklich mal gar keine Ahnung. Nehmen wir aber wieder mal eine kleine Attentäterpistole. Ja, super. Das hätte man mir auch mal sagen können, dass man da schwimmen muss. Da hätte ich mir meine Badehose angezogen. Was zum... Das ist auch sehr logisch. Karte aktualisiert. Gucken wir mal eben drauf. Ja. Ich wette, wir werden eine Menge Überraschungen haben. So, Sprengfallen und den ganzen anderen Rotz. Was ich mir höchstwahrscheinlich gut vorstellen kann, ja? Das kommt mir ein bisschen wie die Mondoberfläche vor. Ja. Okay. Ah, okay. Also, es geht wieder hochkraxeln. Und... Hepp. Barsch ist abgerutscht. Rein. Und... Och. Ja, genau. Sonst habt ihr keine Probleme. Haha. Ja. Ich bin in der Falle. Ich bin ein wenig gearscht. Okay. Aber ich bin nicht in der Falle. Kuckuck. Kuckuck. Da geht's nicht rein. Das war schon? Warum? Frag ich überhaupt, ne? Okay. Jetzt habe ich eine gute Idee. Ich drücke zwar auf Fortfahren, aber ich speichere auch direkt ab. Ich bedanke mich bei euch beim Zusehen und ich wünsche euch noch einen schönen Restabend, Resttag, whatever. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.